hallo hier ist martin von manneman case dass die dachsanalyse für dienstag den nikolaus 6. dezember 2022 und unser dax ja der hat sich heute ein bisschen hängen lassen zum montag und hier hat sich den bauch gekrault auf dem rücken hängt ist auf deutsch gesagt runter und zur seite sieht auf der instanz erstmal gar nicht so gravierend aus aber wenn wir uns an die analyse von oder für den montag erinnern stand ja ein bisschen im fokus dass wir jetzt das erste mal eben einen tieferen wochenschluss hatten seit zehn wochen das erste mal einen tieferen schluss als in der vorwoche und unser dax sie ist deswegen insbesondere bei auffälligen gap verhalten wie auf abverkauftes aufwärts gap oder ein offengelassenes abwärts gap was es dann jetzt hier auch geworden ist auch wenn es nur sehr klein war aber es ist ein abwärts gap mit was offengelassen wurde geworden und ja wir haben den erst mal den freitag letztendlich ausgekontert also die der kerzenkörper umschließt den vorherigen kerzenkörper und der freitags kerze ist aber stand hier noch völlig irrelevant ja also auf der ebene tagesebene haben wir hier keinerlei signallage dass wir sagen können okay krass geil jetzt los volle volle fahrt short man muss aber schon sagen dass natürlich mit dem was wir jetzt für den montag und die kommende woche jetzt hier ich sage mal vor augen gezogen haben er das bisher bestätigt also hat sich jetzt gut nach unten bewegt aber ist jetzt so gesehen halt noch nicht wirklich ein verkaufssignal halten da wäre es wichtig gewesen mal unter 365 zum beispiel einfach mal richtig runter zu batzen das hat er nicht gemacht hat schon bei 400 ordentlich versucht gegen zu halten ja von daher bleibt das erstmal so bleibt das man aber ich würde schon weiterhin auch für die restliche woche wir hatten ja auch darüber gesprochen dass der montag auch gegeben falls hier oben noch mal reinhaut und man dann genau hingucken soll wenn der sich dann dreht und so weiter ich gehe schon davon aus dass die woche durchaus potenzial hat auch ein bisschen ruppig auf der unterseite zu arbeiten und deswegen bin ich sehr gespannt wie der dienstag verläuft ich könnte mir schon vorstellen dass wir noch mal unter den montag drunter arbeiten aber wir sehen jetzt hier auch das mittlere band kommt im bereich schon um knapp 14 320 lass das mal bei 14 330 14 340 rum notieren am dienstag das wäre typischer dienstagsvormittags vormittags anlauf wo dann alle wieder denken ach ich erinnere mich letzte woche da wollte mal 3 15 280 250 sehen am dienstag haben auch das gleiche gesagt hat man auch offen gelassenes gap montag runter genau das gleiche genau das gleiche wie letzte woche und hatten dann gesagt er geht am dienstag bestimmt auf 3 15 280 250 ich hatte damals gesagt oder letzte woche hatte ich gesagt dass 2 80 250 mir besonders lieb wären aber 3 15 auch reichen würden hier müssen wir uns jetzt ein bisschen höher ansetzen also hier wird es tatsächlich schon reichen die wird sogar schon reichen wenn er 365 bloß antippt wie wird es so reichen 3 40 einfach mal drauf wäre natürlich schön wenn der 250 280 macht aber ja schon fast so einfach dann und dann muss er muss er zeigen halt bleibt da dran über den dienstag und kann auch am nachmittag neue tiefs nachliefern dann kann ein gutes stück nach unten rutschen und und schon mal hier auch eine 200 1 80 das kann ich schon in die peilung reinnehmen wenn er dann auch am nachmittag nach liefert aber wenn am nachmittag keine weiteren tiefs kommen und er wirklich bloß am vormittag hier drunter tippt so 360 oder sowas holt oder vielleicht komplett nur nach oben rennt dann wird das nix ja dafür ist er noch zu flach auf hohem niveau noch zu hoch vor allen dingen auch als dass man hier jetzt schon irgendwie von einer trend umkehr sprechen kann oder von verkaufssignalen das alles noch ganz schön gechillt also sehr sehr ruhig sehr verhalten und von daher es riecht nach einem wegdrehen aber auf der ebene bekommen wir da eigentlich noch keine bestätigung wir können mal in zwei stunden chart reingucken und ich bin jetzt gelandet halleluja 1 inch wie hat dann das jetzt gemacht watchlist durchsprung hier wartet mal da wollte ich nicht hin so zwei stunden was jetzt hier jetzt haben wir es so da sehen wir wir sind aus dem aufwärts rennen rausgefallen heute am montag aufwärts rennen seit die vom 13 oktober 2022 den die trendlinie haben wir jetzt durchbrochen nach unten das war auch der erste rutsch danach ging es relativ so viel am band lang von hier wird es aussehen wie es könnte sich noch mal kleinen schwung holen am mittleren band hier 94 500 sollte also gar nicht schwächer reinschauen sondern vielleicht sogar ein bisschen stärker reinkommen mal genau hingucken im bereich 480 500 dreht er sich dort dann wieder nach unten können natürlich wieder ans untere band und das dann mal aufziehen das ist so eng hier da könnte ich immer bewegung oder ausbruch an das hat man hier auch mal ne der ist dann leider nicht nachhaltig rausgegangen aber hier ist auch wieder sehr sehr eng und wenn sich die bänder weiten dann geht der markt halt auf bewegung geht auf strecke und ich sag mal wenn der jetzt also das wäre eine schöne kombination ja morgens hoch an die 500 480 dann runter drehen 11 10 12 ohr neue tiefs unter 360 stechen und dann noch über nachmittag weitere tagestiefs nachliefern damit würde sich natürlich richtig und was aufmachen und da sind wir hier auch auf zwei stunden ebene im bereich um ja selbst 13 14 31 der dann im weiteren verlauf kommen kann das wird nicht direkt erreichbar sein aber hätte auf jeden fall schön schmatz wenn er sich unten raus traut er muss aber eben auch und raus er muss und raus und das sollte man schon unterschätzen das haben die letzten tage immer wieder gesehen wo wir gesagt haben für das ein oder andere signal muss das und das passieren dann ist es einfach nicht passiert und der ist weiter seitwärts gelaufen ja von daher da einfach ein bisschen aufpassen aber sieht interessant aus der trendbruch ist da und das kann auch noch mal antreiben von daher bin ich sehr sehr gespannt wie er sich zum dienstag bietet also wie gesagt runter drehen 480 500 neues tief wäre ideal das wird perfekt und ansonsten alles was über 500 auch per stunden schluss geht und dann immer weiter hoch naja dann geht er halt wieder dann geht er wieder hier oben ran stiften an die hoch dann bleibt einfach in seiner range dann sind wir hier auf der ebene wo man sagen müssen hier ist noch kein signal hier ist noch nichts passiert der kann auch einfach wieder zurück das ist einfach nur geschiebe hier halt da sollte man nicht zu viel rein interpretieren und das einzige was mir gut passt ist einfach die erwartungshaltung wie wir von von der woche ausgegangen sind wie sie geschlossen hat sie jetzt sehr stark geschlossen wir haben gesagt naja eigentlich ja aber auch nicht obwohl es stark aussah ist es auf technischer ebene eigentlich stark gewesen und hatten deswegen attestiert dass er die woche durchaus ein bisschen noch mal taumeln kann und auch kröpfer taumeln kann und jetzt hat er zum montag schon mal eine rote kerze gestellt also fände ich jetzt nicht unwahrscheinlich dass er zum dienstag nach liefert aber es ist noch es ist halt kein abwärts trend das heißt wir haben da verringerte wahrscheinlichkeiten auf solchen bewegungen dass die sich auch richtig ausprägen und hinten richtig knallen da muss noch ein bisschen mehr passieren damit man sowas wieder vorweg nehmen kann okay von daher würde ich sagen quatsch mir nicht länger darauf rum ist schon wieder hier rumgesprungen keine ahnung wie ich das mache bin schon wiederum gesprungen will ich euch gar nicht zeigen hier weiß nicht wie er das macht hier strücke also ich will das macht außer legal sein okay Komm macht so was ist denn hier los keine ahnung was hier ob ich hier irgendwo weiß nicht irgendwo einen krümel drin habe oder was habe ich keine ahnung also ich wünsche euch was wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss